So, da bin ich wieder heute mit einem weiteren Bitpanda Portfolio Update. Ich hoffe, ihr habt das schöne Wetter draußen genossen. Ich habe es auf jeden Fall ausgenutzt. Ja, wir schauen uns heute mein Portfolio wieder an. Ja, das ist nicht so wundervoll, das ist eher gruselig, grauenhaft. Minus 15,55% im Minus. Also knappe 10.000 Euro haben wir sozusagen verloren. Aber was ich gemacht habe und ein paar Fragen zum Best Burn werden wir heute beantworten. Und dann schauen wir uns den Chart an. Es wird eher ein kurzes Video, weil News oder so gibt es heute keine. Aber ja, starten wir einfach gleich ins Video. Also wir sehen, letzten Sonntag waren wir glaube ich noch bei 61.000 und von da sind wir runtergerödelt auf die 49.000 sogar. Und jetzt haben wir uns um die 50.000, 51.200 gerade im Moment eingependelt. Wir schauen uns das Ganze dann auch nochmal genau im Chart an, wie das beim Best dann ausgesehen hat. Also was habe ich jetzt nun gemacht? Ich habe Best gekauft. Mit dem letzten Geld, was ich gehabt habe, habe ich noch in Best investiert. Da wurde schon abgebucht für den Sparplan. Ja, mehr ist auf Bitpanda nicht passiert. Das Trading Volumen haben wir ja schon ganz am Anfang des Monats erhöht. Die Rewards haben wir beansprucht. Jetzt kommen bald die Rewards auf uns zu. Das sind dann 506 Best. Jetzt wo der Preis soweit unten ist, sind die Rewards halt auch auf 447 Euro unten, wenn man es auf Euro umrechnen würde. Bei 2 Euro wären das halt dann 1.012 Euro, müsst ihr euch vorstellen. Wenn der Best dann 40 Euro wert wäre, so wie das Team 40 es prophezeit, wären es dann 20.266 Euro, die ich im Monat an Rewards bekommen würde, wenn ich mein Trading Volumen aufs Maximum erhöhe. So, dann kommen wir zu den Fragen zum Burn. Und die erste Frage war, wann ist der nächste Burn? Das seht ihr hier auf dieser Grafik. Also am 29. Juli ist der nächste Burn. Dann war noch eine weitere Frage, was hat das für eine Auswirkung, wenn die Preise vom Best so niedrig sind beim Burn? Also hier sehen wir nochmal die Best Overview von den ganzen bisherigen Burns. Und da könnt ihr sehen, da war der Bestpreis halt sehr niedrig und dementsprechend wurden viele Best verbrannt. Und wenn jetzt der Bestpreis wieder niedriger ist und das Volumen, also es muss nicht das Volumen auf Best hoch sein, sondern das Volumen, das getradet wird, wo mit Best Gebühren gespart wird. Wenn das hoch ist, von dem wird er dann 25% genommen, also mindestens 25% genommen und verbrannt. Also so länger wir in so tieferen Preisregionen sind, desto mehr Best, glaube ich, werden dann verbrannt im Endeffekt auch. Das heißt, der nächste Burn wird auf jeden Fall sehr spannend. Ich glaube, es werden mehr als 23 Millionen Best sein, aber ist nur mein Gefühl. Wir werden uns auf jeden Fall überraschen lassen. Gut, ich hoffe, ich habe die Fragen damit beantwortet. Und schauen wir kurz jetzt noch in die Charts rein. So, und da sind wir am Best Chart. Und ja, wie wir gesagt haben, wir sind jetzt einmal richtig unten bis zum 80 Cent Support. So, nicht ganz, aber fast bis zu den 80 Cent runter. Und von dort sind wir weggebounced. Sonst, das ist unser Support-Bereich hier zwischen 80 und 90 Cent. Und hoffentlich wandern wir jetzt dann langsam rauf in den 1 bis 1,20er Bereich jetzt wieder. Aber es kommt jetzt auch sehr stark darauf an, was Bitpanda als nächstes announced. Der Paul hat im Telegram geschrieben, die nächsten Monate werden sehr spannend. Auf jeden Fall baut sich in dieser Region jetzt ordentlich Support auf. Wir haben jetzt hier 105.000 Best, die gekauft werden wollen. Wenn das jetzt auf einmal sich entscheiden würde, einfach in den Markt reinzukaufen, dann hätten wir wieder ziemlich hohe, hätten wir eine ziemlich große grüne Kerze. Natürlich wird das nicht passieren, aber so länger es dauert und so länger wir hier unten rumgammeln und je mehr den Verkäufern die Puste ausgeht sozusagen, desto eher wird sich dann der Spieß umdrehen. Die Leute werden irgendwann mal ungeduldig, werden anfangen zu kaufen, werden steigende Kurse sehen und viel ist nicht da. Das heißt, wenn die alle, die hier unten kaufen wollen, sich dann um das hier oben prügeln sozusagen, dann könnten wir schöne steigende Kurse wieder sehen, so richtig schöne parabolische Kerzen wieder. Darauf freue ich mich und ich glaube, das wird bei Best auch wieder passieren. Automatisch durch diesen Burn-Mechanismus, der im Hintergrund ist, und weil der Best auch verwendet wird auf der Bitpanda-Plattform von den Leuten. Das war noch nicht von allen, da ist noch viel Potenzial nach oben. Ich finde auch, da ist ein bisschen Potenzial mit Erklärungsvideos. Könnten Sie ein bisschen mehr machen auf der Webseite direkt selbst oder einen kleinen Hilfe-Button oder ein Tutorial, wo man zwei Best verdient und das dabei erklärt bekommt oder so. Keine Ahnung, da gibt es ja tausend Möglichkeiten, wie man das machen könnte. Gut, wurscht. So, aber bevor wir da jetzt in die Verbesserungsvorschläge für Bitpanda reingehen, vielleicht könnten wir ein eigenes Video dazu machen, wo wir einfach so Vorschläge sammeln und dann in das Gesammelt-Schicken als Ticket. Wäre doch eine nette Idee. Ich will mein Tortendiagramm auf der ersten Seite. Sollen wir das machen? Schreibt es unten in die Kommentare. Ja, auf jeden Fall, glaube ich, halten wir jetzt mal diese Support-Zone und ich glaube, von hier werden wir weiter steigende Kurse sehen. Und wieso, das schauen wir uns beim Bitcoin dann auch gleich nochmal an. Und vorher aber noch kurz den Pantos-Chart. Pantos ist das Einzige, das heute im Minus ist. Ja, Pantos wartet auf die News. Am 7. Juli ist es soweit. Da haben wir diesen Light Talk auf YouTube, wo sie uns live Fragen beantworten werden und uns auch so ein bisschen zeigen werden, woran sie gerade arbeiten, was gerade die Probleme sind, was sie noch lösen müssen, etc. Also das wird auf jeden Fall spannend. Wenn ihr Fragen habt an das Pantos-Team, dann schreibt euch die jetzt auf, sammelt die Fragen bis zum 7. hinten, ich werde euch dann den Link teilen, sobald ich ihn habe und dann könnt ihr einfach eure Fragen stellen und die werden das live beantworten. Und ich glaube, das ist eine super Möglichkeit, wenn man eh schon im Projekt investiert ist, um ein bisschen up-to-date zu bleiben. Ich werde dann auch nochmal für die Leute, die das verpassen, vielleicht eine kleine Zusammenfassung machen von den wichtigsten Punkten, die da bei dem Gespräch sind. Aber ich glaube, das wird auf jeden Fall spannend. Bis dahin erwarte ich mir eigentlich nicht viel. Vielleicht kommt noch ein vorher so ein kleines By-the-Rumor. Aber im Moment schaut es nicht danach aus. Ich glaube, wir gehen da eher seitwärts. Weil bei 0,09, da ist ein bisschen Support. Also ich glaube, wir sind hier jetzt auch in dieser Linie gefangen bis zum 7. und schauen wir mal, was am 7. kommt, wenn das sehr bullische Nachrichten sind. Bei Pantos liegt auch nicht mehr viel auf der Exchange, seit der BTC-Paar entfernt worden ist. Könnte auch sehr interessant werden, was da jetzt abgehen wird. Aber wie gesagt, man muss bei Pantos sehr viel Geduld mitbringen. Das wird alles noch ein bisschen dauern, bis es soweit ist. Aber am 7. auf jeden Fall erfahren wir dann mehr. Gut, dann kommen wir zum Bitcoin-Chart. So, da sind wir am Bitcoin-Chart. Und wir haben fast meine Marke getroffen. Aber Binance hat sich mein Video angeschaut und hat sich gedacht, Nein, auf 28,85 kaufen wir alles auf. Wir lassen es nicht auf 28,5 runtergehen und seine Order füllen. Was lerne ich daraus? Ich hätte meine Order aufteilen sollen. Eine auf 29 und eine auf 28,5 und eine auf 28 setzen sollen. Dann hätte ich diesen Dip auf jeden Fall gekauft und hätte dann hier schön schließen können. Mit einem saftigen Profit. Aber ja. Gut, wäre eine Trade-Möglichkeit gewesen. Ich habe sie jetzt nicht genutzt. Ja, mei. Ich war jetzt nicht zu Hause an den Zeiten, wie es genau an der tiefsten Stelle war. Ich habe mir eigentlich gedacht, dass wir noch ein bisschen tiefer gehen als 28,5. Ihr seht, die blaue Linie wurde ganz knapp nicht getroffen. Aber ich finde, das Muster schaut gut aus. Ihr werdet das vielleicht schon auf Twitter und so gelesen haben. Das Wyckoff Accumulation Pattern läuft gerade ab. Und was bedeutet das? Also es gibt ein Wyckoff Distribution Pattern. Das sind diese Tops, die wir hier gesehen haben. Die passen genau in das rein. Und dann ist der Abverkauf. Dann hat man mehrere Phasen. Und die nächste Phase wäre dann, dass es wieder bergauf geht, wenn dieses Pattern komplett durchgeht. Wenn wir mal ein komplettes Video über dieses Wyckoff Pattern machen sollen, kann ich machen. Kann euch auch ein bisschen was über den Dudes erzählen. Wenn euch das interessiert, schreibt es unten in die Kommentare. Ansonsten schaut es eigentlich gut aus. Wir müssten jetzt eigentlich ein bisschen rauf gehen, wieder ein bisschen runter. Und dann wieder rauf, dann runter und dann müssten wir eigentlich abzischen. Natürlich Garantie gibt es dafür keine. Es schaut nur so aus wie dieses Pattern. Und mehrere technische Analysten haben auf dieses Pattern hingewiesen. Es haben auch schon einige gesagt, dass sie dieses Distribution Pattern hier sehen. Dieses Verkaufspattern. Wo die Hochs immer niedriger werden. Das deutet sozusagen darauf hin, dass es langsam einen Wechsel gibt. Und das Top erreicht ist. Und dann wechselt das Ganze in den Abverkauf. Und dann wieder in die Akkumulationsphase. Und dann spiegelt sich das Ganze wieder hinauf. Und es geht weiter. Aber das nur in der Theorie. Wir können über die verschiedenen Phasen, wie gesagt, können wir ein eigenes Video machen. Wo wir uns das Ganze im Direkten anschauen können. Ja, also ich finde es schaut noch gut aus. Es schaut noch so aus, als würde genau das eintreten, was ich gesagt habe. Die Leute hatten extreme Angst. Also viele Shorts wurden aufgemacht. Und die wurden einfach liquidiert dann, wie der Preis gestiegen ist. Ja, jetzt warten wir eigentlich nur darauf, was jetzt in der nächsten kommenden Woche passiert. Sehen wir wieder einen Push rauf. Und dann sozusagen ein Retest von dem letzten Support. Und dann wieder rauf. Dann sind wir draußen. Aber wie gesagt, das wird jetzt extrem spannend. In der Woche ist jetzt eigentlich genau das eingetreten, was ich mir gedacht habe. Aber es ist halt nicht ganz bis 28.5 runtergegangen. Als 28.8. Ich glaube nicht, dass es jetzt nochmal so weit runtergehen wird. Wie gesagt, ich glaube, das ist auch das Ende von diesem Pattern. Und dass wir jetzt steigende Kurse sehen werden. Aber es ist nur so mein Gefühl. Wie gesagt, dafür gibt es keine Garantie. Und es soll auch keine Finanzberatung sein. Ja, das war es auch schon wieder mit dem Video. Heute gibt es nicht so viel. Wie gesagt, es ist auch nicht so viel passiert. Also bleibt gesund. Genießt die Sonne. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.